Hallo liebe Fußball-Fans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuss, zusammen mit Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie zu Hause kommentieren. Und heute präsentieren wir Ihnen das letzte Spiel vor dem eigentlichen Saisonbeginn. Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen. Das letzte Spiel also, Wolf, bevor es dann endlich wieder richtig losgeht, bevor wir wieder in die Liga einsteigen. Ich glaube, das ist immer ein Spiel mit enormem Unterhaltungswert. Alle können noch mal befreit aufspielen, alle können sich noch mal zeigen. Wird ein klasse Spiel. Aranguiz, Patrick Schick. Leverkusen versucht jetzt mal, da der Klasse gearbeitet. Suat Serba. Sehr gut pariert. Da muss der ganz genau, wann er rauskommen muss. Starke Aktion vom Torhüter. Karim Belarabi soll hier heute natürlich vor allem wieder als Ballverteiler auftreten. Und das kann er wie kaum ein anderer. Aber er findet immer wieder, seine Mitspieler hat ein super Auge, wenn er das heute wieder zeigen kann. Oh, Pech. Der Ball geht neben das Tor. Da fehlt nicht viel. Ein super Kopfball. Macht alles richtig. Und ich glaube, alle hatten hier schon den Torschrei auf den Lippen. Gut. Ja, starker Pass. Schalke jetzt über außen. Gute Chance. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Schauen wir uns nochmal eine Aktion von ihm an. Guter Kopfball im Strafraum hier. Leider aber knapp daneben. Jetzt kommt die Ecke. Ganz stark abgeblockt. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Klar, gibt Einwurf. Mal gut. Das macht er gut. Kein Tor in dieser Szene. Muss er mehr draus machen. Der hat ein rechtes Duell mit dem Torhüter. Aber Lob an den Keeper, das hat er gut gemacht. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Suat Serba. Oh ja, da hat sich viel gefehlt. Der Keeper ist da ein Tick schneller. Das war richtig gefährlich. Aranguiz. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Patrick Schick. Schön dazwischen gegangen. Toller Pass. Die Gelegenheit. Und da treffen sie das erste Tor heute. Nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen, der Keeper wird im kurzen Eck überwunden. Das wird ihn ärgern. Also das Ding war haltbar. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Für den FC Schalte 9-4. Die Nummer 18. Gonciano Paciencia. Dem hier bei. Da steht die Abwehr sicher. Omar Mascarell. Schönes Zuspiel. Er ist frei. Radetzki bleibt Sieger in diesem Duell. Klasse gehalten. Da kommt die Ecke. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Auf außen ist jetzt Platz. Suat Serdar. Ball bei Leverkusen. Aranguiz. Moussa Diaby. Und da ist der Ball wieder weg. Schalke hat deutlich weniger von diesem Spiel, was den Ballbesitz angeht. Aber das ist natürlich nicht die entscheidende Zahl. Entscheidend sind die Tore. Und da liegt man vorne. Das ist Effizienz. Suat Serdar. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Die Chance. Den wollte er ganz alleine machen, aber da wird er aufgehalten. Das sind Mitspieler frei. Suat Serdar. Was für eine Parade. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klasse-Gieber. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Freistoß gegen Schalke. Es gibt hier Geld gegen den FC Schalke. Zu viel Einsatz. Und damit natürlich die richtige Entscheidung vom Schiedsrichter. Patrick Schick. Und da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. Hat nicht viel gefehlt. Aber wir haben es gesehen. Zu früh gestartet. Und da wird die Nachspielzeit. Der Angriff könnte was werden. Der muss doch drin sein. Tor ist leer. Ball ist drin. Wir blicken nochmal auf die Wiederholung dieser Szene. Da ist der Treffer. Also da ist überhaupt keiner in der Nähe. Alles frei. Also so leicht sollte man es ihm dann doch nicht machen. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2 zu 0. Aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Wir gehen rein in die zweite Hälfte. In diesem Finale. Schauen wir mal, wer jetzt den besseren Start erwischt. Guter Einsatz. Das war wichtig. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Gestern sah so vielversprechend aus, dieser Konter. Aber das war dann doch nichts. Muss Einwurf geben. Mal gut. Er ist frei. Da kann was draus werden. Trifft er. Drin. Tor. Der war unhaltbar. Einfach sehr gut platziert. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Er ist der gefährliche Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe. Den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Und mit dem 3 zu 0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Schwache Aktion, Ballverlust. Jetzt wird's gefährlich. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Aranguiz. Das passt ihm alles hier nicht. Er will sich den Ball holen. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Gutes Anspiel. Er passt ihn auf den Flügel. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Da hobert er vorne den Ball. Ball ist wieder weg. Gefährlich jetzt. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene. Und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Karim Belarabi. Das könnte die Gelegenheit geben. Endstation Torhüter. Ja, das ist fast schon verschenkt. Toll gehalten. Aber er war frei durch. Da muss er mehr raus machen. Musa Diaby. Sind Graven. Und da verlieren sie den Ball. Nicht ungefährlich. Kein guter Abschlag. Jetzt müssen sie aufpassen. Das könnte durchaus gefährlich werden jetzt. Den Ball erwischt er gar nicht gut. Und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. Wird Ecke geben. Und damit ist das Spiel für ihn vorbei. Er wird ausgewechselt. Man muss es leider so hart sagen. Es wurde Zeit. Ja, aber manchmal läuft es einfach nicht. So ein Spiel ist natürlich Gift für das Selbstvertrauen. Aber für den Spieler heißt es jetzt nach vorne schauen. Und beim nächsten Mal. Der Ballverlust. Und jetzt soll mit Alarm. Da kommt er nicht richtig hinter den Ball. Und dann ist er leicht abzuwehren. Musa Diaby. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Ja, sie können erst mal klären. Und jetzt vielleicht die Leverkusener. Sehr gut pariert. Da muss der ganz genau, wann er rauskommen muss. Starke Aktion vom Torhüter. Da wäre Platz für den Konter. Bastiano Cipka. Klasse vom Verteidiger. Er blockt die Flanke ab. Ganz schwacher Pass. Ball draußen. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Nadiem Amiri. Jetzt hat er den Ball. Gut. Guter Pass. Achtung jetzt. Und da hat er Platz. Hereingabe jetzt. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustriert. Der Blick auf die Uhr. Neun Minuten bis zum Ende. Königsblau wieder am Ball. Einwurf. Und jetzt läuft die Uhr natürlich für sie. Sie waren gut im Spiel, führen sicher und werden das Ding hier nach Hause schaukeln. Oma Mascarell. Fängt diesen Ball ab. Nadiem Amiri. Jetzt der Vorstoß. Er kann es machen. Schön abgeblockt. Sie verlieren den Ball. Nadiem Amiri. Da hat nicht viel gefehlt. Gut, dann ist da ein Schuss. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch obendrauf. Herzliche Gratulation. Sie haben es wirklich geschafft und sie haben sich diesen Pokal geholt. Am Ziel angekommen. Ein Moment, den sie aufsaugen und genießen sollen. So, hinten stehen die Ordner. Die Ordner sind so die einzigen, wenn ich es jetzt richtig sehe, die so ein bisschen Haltung bewahrt. Auch die Fotografen. Da ist auch so ein leichtes Wippen spürbar. Ansonsten wackelt hier das Podest. Ja, bei dem Erfolg. Hier oben bei uns wackelt die Tribüne. Alles wartet auf den großen Moment, wenn der Kapitän vortritt und die Trophäe in den Himmel streckt. Und jetzt... Lasst es raus, lasst es raus. Ach, das sind einfach schöne Bilder. Herzlichen Glückwunsch.